In den Vordergrund spielend, das erste Mal mit unserem Holger, die wir ja schon seit Jahrzehnten immer wieder gerne bei uns haben. Meine Damen und Herren, die Leistungskäste war hervorragend, waren drei Autos und Champions im Körunternehmen, die er fäderte los. Ganz interessanter Stand, meine Damen und Herren, dieses Földor. Meister Fetzlar hat ihn gezündet, er hat Folgen auch hervor gezaubert. Ganz eng verwandt hier, meine Damen und Herren. Und dann ist das die Spitzensturte, äh, Hüma, die hier zum Klagen kommt als Ursprung. Die Nero war anstrengend, war säudig. Dieser Stamm war früher hier, ein Vögtöl zuhause. Das ist das schöne Bild für Maxi Gehligan. Davon erhält vielleicht unseren Herrenpräsidenten. Wo ist er denn heute? Ich habe ihn gesehen. Aber er hätte sein Nachkommen geschickt. Verloren ist jetzt 5-jährig. Beste Glück auf den Augen des Sanktons und der Sturmeister auf Ende zu kommen. Mit Holger. Ja, Holger, wir würden alles lernen. Wir bedanken uns für diesen Fest auf der Vortrag von dir heute nach der Tagierung.